Bonsua mochachos und herzlich willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind am Start auf Chalet am Ranken zusammen mit Mabossa. Hallihallo. Sehr schöne Web. Und auf Chalet nehmen wir, hm, Thatcher? Wir haben einen Termite. Du nimmst einen Thatcher, dann würde ich fast Hibana nehmen, damit wir safe das Ding aufkriegen. Oder ich nehme, Bug ist auch, Gorn. Ich nehme Twitch. Und wir spawnen Klippen. Ich spawne auch Klippen. Ich nehme Twitch, weil ich spawke See. Ha, 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 der... Ha, 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 wonder! Er... Becken! Alter, das war richtig Sparta-mäßig. Und sie sind wirklich da. Perfekt. Ich wollte ja fast fragen, wer ist denn der Sparta? Oh, oh. Hallo! Marvin, das war fucking unnötig. Was denn? Dass ich nochmal unbedingt reinpacken wollte und die Marker. Nein, der hier muss ich vielleicht kennenlernen. Okay, die haben Bandit. Okay, das können sie dranklatschen. Nein, ihrer Fans ist noch nicht dran. Ein Maschinen, den Maschinen wir ja jetzt nach unten. Oh, ich kann an meiner Twitch-Rohne gesehen. Wir setzen noch nichts dran, ne? Dann machen sie schnell auf, hallo? Der Bandit ist allerdings... Ich weiß nicht, ob er meine Kerle zuwischend hat. Kann sein, dass er jetzt gesehen hat, glaube ich. Aber Bandit ist auf jeden Fall am Start da. Warum ist eigentlich der Termite nicht da? Aua! Aua! Er hat es noch nicht gesehen, aber wir brauchen einen Termite. Wo ist der Termite, Digga? Ja! Termite! Digga! Hallo! Digga, er scheißt einfach drauf. Digga, was machen die da? Keine Ahnung, was die machen, Alter. Die gehen drei Stück durch den scheiß Weinkiller. Dann gehen wir eben auch da lang. Obwohl, ne, folge dir. Schön, wenn man so... ... coole Premates hat. Beinmal Schockbrat und einen Strengwinner zerstört. Wer für Splittergranate? Oh, fuck. Lässt du mich vor? Okay, dann geh du vor. In der Ecke chillt keiner. Da haben sie ein Castle-Tür zu, davor. Da haben sie sich so gut versteckt, der wird sich so ärgern. Der wird sich sehr gern, wenn ich wirken siehe. Ein Gegner verbleibt. Haben wir. Sehr schön. Down. Auch so gemacht. Schwieriger. Viel, viel schwieriger, aber läuft gut. Ja. Lol. Alter, schön unten in den Intimbereich. Da wurde ein bisschen intim rasurrt. So, gehen wir jetzt auch dahin, ist die Frage. Könnten wir glatt, aber ich spiel nicht Mira. Spielst du nicht Mira? Dann lass die bei S-Zimmer gehen, oder? Würde ich auch fast nicht Bandit zocken. Ja, okay, S-Zimmer. Obwohl, Mira haben wir ein Team. Wir können auch Schneemobil gehen. Wir haben Mira da. Und Bandit auch. Bandit. Bandit ist gone. Können wir noch Jäger nehmen. Lass die das einfach machen. Ja, ich mach noch Jäger, dann hau ich der Mira bzw. den Bandit da sein Jägergerät hin und dann kriegt er es hoffentlich hin. Sehr, sehr nice. Okay, dann geh ich schon mal hinten hin. Und machen wir hierzu. Ich werde jetzt rauspitchen, Deko, aus der Garage. Und mal schauen, ob es funktioniert. So, hallo. Hallo. So. So, hau ich da hin. Wenn hier noch jemand chillt, dann hau ich hier auch noch ne. Läu, wie schlecht das von mir war. Alter. Aber der Punkt ist geil. Ich hab einfach nur richtig scheiße geschossen. Oh, das war feinlich. Pitchen. Ich bin einfach nicht fürs Pitchen gemacht, leider. Ich muss das lernen. Ich mach das einfach nie. Ich lade alles alles ziehen. Pitchdrohnen ist drin. Du musst auch warten, oder? Ja, hab ich gesehen. Ist er erwischt? Weiß er nicht. Oh, Alter. Okay, ist los. Wie unsicher ist das denn bitte, was die da vorhat? Na schön. Erst kommt jetzt eine Drohne. Ja, wie so der fliegt, Alter. Oben haben wir einen. Pitch ist oben. Was heißt oben? Erste OG. Erste OG. Oh. Alter, der war krass. Läu. 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 Einer hat wieder angefrackt. Care, care. Care, Mira, care. Sollte man lieber hinten rum aufpassen. Sie haben ihre Sicherung des Behälters abhalten. Ja, da aufpassen. Dinger, wieso treffe ich den denn nicht? Endlich. Sehr schön. Ich hab's euch angefrackt, so richtig random durch die Dinger durch. Das hätte ich geschafft und dann brauche ich fast ein ganzes Magazin, um ihn zu killen. 33 Sekunden nicht picken. Lass es einfach. Ich habe mein Magazin. Läuft draußen vor. Ey, ich wollte gerade sagen, nach draußen. 15 Sekunden noch. Nein. Nein. Oh, Mann. Ist der es? Oh, scheiße, Alter. Ich hätte echt cappen sollen einfach. Ja. Alter. Alter! Wow. Das war close. Oh, da hätte ich echt einfach cappen. Das ist cappen der Schauer gewesen, Muchachos. Muss man so sagen, aber das war ein bisschen killgeil vielleicht. Wieder ein Teamshot. Ein bisschen zu, killgeil. Aber haben wir schon gedaffed. Schöne Runde, obwohl sie das Ding da ziemlich schnell aufbekommen haben. Äh, haben wir es gut gedaffed. Ähm, wo gehen die jetzt hin? Sie könnten jetzt... Könnten nochmal nochmal rumgehen. Sie könnten wieder Schneeholgegarage nehmen, ja. Und Ding, leider ist der Termite weg. Dann könnte ich noch Hibana nehmen. Ich mag Hibana. Ich nehme Hibana, du nimmst Thatcher und dann kriegen wir es auf jeden Fall auf. Zu zweit. Oh, okay. Sind wir nicht auf den anderen Termite angewiesen. Falls sie da hingehen. Sie könnten auch noch ganz gut Küche gehen. Ai, 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 ai! Let's go! Sind sie wieder hier? Nein, Schneemobil free! Free, free alive! Ja, sie sind, äh, Küche. Erstmal. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Hm. Cavera auf jeden Fall. Cavera war auch oben, meines Wissens. Vielleicht schaffst du es ja noch nach oben zu fahren. See, that's what I try. Oh, ich glaube ich habe er verfolgt, oder? Da schnappt ihr mir nach nach dem Mittwoch. Free, free alive! Oh, da haben wir Cavera. Näh, näh, näh. Ey, Droh, lebt noch! CapCarn ist oben. CapCarn im Bedroom. Dinger. Hey, CapCarn upstairs. Careful, CapCarn traps. Da ist so lange. Wie schaut das Bad jetzt nochmal aus? Wait. Muss eigentlich früh sein. Ah, ne, Valkyrie ist hier oben. Kass rein. Valkyrie ist im Raum. Ach, die ist im Raum? Ja. Oh, fuck. Hinten in der Ecke. Und angefragt, läuft raus. Läuft runter. Valkyrie downstairs. Digga, ist so voll hier, Alter. Habe ich. Don't fuck with me. Ist jetzt schon alles weg hier, oder was? Ich bin gerade erst angekommen. Huuuuh. Alter. Wow. Crowlen Sie mir bitte nicht, Dennis. Machen Sie auf, bitte. Ja. Versuch's. So, wir schauen mal. Oh, fuck. Hör auf, bitte. Sorry, Dude. Nachladen. Brauche Feuerschutz. Spreng, Ganate. Zeit, eine neue Tür zu springen. Das sind immer ziemlich viele. Das sind immer ziemlich viele. Wow. Wo ist er? Haben wir ihn? Scheiße. Alter, den habe ich gar nicht gesehen dort. Der war eins. Lol, dass du den nicht siehst, Alter. Der war eins mit der Wand. Der war nicht annähernd eins mit der Wand. Der war eins mit der Wand. Digga, das waren ungefähr 38 Farbtönen Unterschied, Alter. Aber das war kein normaler Farbtönen, deswegen. Ähm, ja, aber läuft, läuft 3-0 schon. Läuft, 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 läuft. Ähm, hm. Wir verteidigen. Wo gehen wir hin? Guten Question. Auch Esszimmer vielleicht? Esszimmer mit Lord Tachanka. Boah, das wäre schon übel. Geil. Überleg, glaube ich. Ich glaube, ich nehme Caveira. Boah, Puls. Esszimmer, 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 Esszimmer. Es hat keiner Esszimmer geschaut. Nein, nein, nein. Wooo, ich habe auch so sehr auf Bibliothek geklickt. Nein, noch nicht dazu. Wobei, die Seite würde noch gehen, aber... Zack, weil man von hier aus nämlich die Leute wegkommt. Freelife, no way. Mach ich mal, oh, kommst du. Oh, ich bin gerade an der Drohne. Oh, oh, oh. Ausgewichen. Wreckt, wrecked son. Dodge. Hallo, da oben bin ich. Ja, ich mache einen Doddzug. Ja, ruhig. Wollte ich auch machen. Genau, unten, Keller. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ich bin ein Killer, 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 Killer. Okay, machen wir einfach hier, YOLO. Beschützt den Bio-Gefahrgut. Killer gibt es da. Kann sich hier nicht mal reinlegen? Die Wand ist verstärkt. Oh hier haben wir einen. Geht wohl nicht mehr. Oh kommt die Treppe hoch. Oh ja. Wo ist einer? Hier war gerade hier draußen was aber ist weg. Geht jetzt wieder Richtung Norden. Wir haben eine Front entrance aufgeschossen gerade. Hast du einen erwischt hier vorne? Hier ist einer. Der kommt hoch glaube ich zu dir. Alter die Pulse Pumpgun ist ja richtig nice. Lecken sie Eier ey. I don't see anyone. Please hallo. I want a kill. Please give me a kill. Nein das war so dämlich von mir Alter. Ich hätte da nicht hingehen sollen. Sind schon drinnen hier links. Trophäenraum. They are already in Trophy Room. Da hätte ich gern zugemacht. Nein. Wow. Die ist ja schon da drin. Digga die waren überall drinnen. Da wurde ich. Ich weiß auch nicht. Digga wie kann man Trophy Room mit Miragudo und dann def das keiner Alter. Das war schlecht. Oder die wurde einfach übertrieben schnell weggeholt. Okay Matschball wieder. Wo könnten sie hingehen? Die könnten wieder Schneemobil gehen. Die könnten wieder Schneemobil gehen ja. Deswegen nehme ich auch Hibana mit. Ich hab Bock auf Fuse. Ich hab richtig Bock auf Fuse. Digga Fuse müssten sie. Komm komm. Kann man Esszimmer fusen? Trust me Bro. Nein. Trust me Bro. Digga du kannst mit der Waffe keinen Schritt umgehen Alter. Du kannst mit der Waffe nicht umgehen. Trotzdem spielst du das Scheiß. Jetzt müssen sie nur noch Schneebubi sein. Sind sie eh nicht. Komm. 100% Esszimmer. Schneebubi. Oh yeah. Oh yeah. And the plan beginn. Gut gemacht. Mino Gefahr muss behälter lokalisiert. Okay. Nein. Hat meine Drohne gesehen. Oh man. Die Frage ist. Also ich muss wirklich viel riskieren jetzt. Klippen. Ich brauche nämlich auf jeden Fall eine Drohne. So im Lobbybereich. Wieder so hardcore geil reinfüßen. Aber da ist einfach alles. Alles offen. Donne See. Ela ist Garage hinten. Oh böse. Das wird richtig böse. Okay. Habe ich. Das ist schon mal down. Ne. Ich habe die gerettet. Was war das? Cavera. Jetzt haben die schon ein C4 ausgeschwissen. Da haben sie auch ausgebitcht. What the fuck. Why do we have Thatcher. If Thatcher doesn't help me. Oh ich will da reinfusen. Oh das ist. Oh. Kurz nach oben fahren. Nein. Was wird so Yolo. Und over. Nein War doch oben was Shit die Vakery Auf die Hab ich die ganze Zeit gegeiert Oh die hat sogar gerade meine Drohne weggemacht Oh fuck Klappt nie Einer muss oben aufpassen das nächste Mal Vakery ist tot Wir können uns einfach nicht Fuse nehmen Alter Doch Ich brauch aber nur ein bisschen Teamplay oben dann Dann geht das easy Aktiviere Drohne Drei Stück haben sie noch Im Raum ist noch hinten der Bandit Treppe ist was Nordtreppe Das auf jeden Fall beim Weinkeller Eingang ist direkt eine Ehler Trap Scheiße alter 25 Sekunden Nein Oh schade Ich hab gerade aus dem Kopf gesehen Ja ich auch Fuck alter Digga die müssen was machen Push go Da ist jetzt eine Ehler Trap Der läuft da genau rein Digga versuch doch wenigstens noch was Dog on your left Man kann auch einfach Garage nicht angreifen mit denen Alter Das ist weder Thatcher noch Termal in der Garage Versuchen das aufzumachen Verteidigen Jetzt geht's ab Was wollen wir uns aussuchen Ich glaub viel haben wir gar nicht mehr oder Da essen wir nochmal auf jeden Fall Okay Jetzt verteidige ich Im Raum mit Mute Let's go Digga Digga Ich hab auch schon wieder seit 2 oder 3 Uhr geholfen Ne Jetzt ganz bestimmt ist man hier noch nicht Okay Letzte Mute Ladung Es bleiben 10 Sekunden Okay Hier Es bleiben 5 Sekunden Oh ich hätte gern noch ein Rotation Hall In die Garage Nach unten Ich hab mich gerade zugemacht Ach hast du sogar zugemacht What the fuck Warum das denn Ich habe die Tür sogar zugemacht Nein jemand hat den Drop verstärkt Echt Ja Ach du heiliger Ficknatter ey Oh Ich glaub die wollen alle Trophy Trophy reingehen Oben ist was Da ist er auch down gegangen Warum Blämt der denn zu alter Keine Ahnung Sehr schön Please alter Jetzt will ich auch nochmal was sehen Du könntest oben glaube ich durch den Balkon gehen Ich glaube hier am Fenster ist was Hier am Fenster war was Oben ist auf jeden Fall was Nein ich muss ja runter Uuuuuh Meraizinwechsel Eieiei Was geht hier ab man Hier ist wieder was Nichts gesehen Alter ich bin auch die ganze Zeit rumgelaufen Ich hab am Ende einen Typen gesehen Aber äh Mal ziemlich still muss ich sagen Ja Aber man Muchachos wir haben gewonnen Kills sind auch einige gefallen MVP haben wir auch Kippala Kippala Ein bisschen useless finde ich Dass sie die jetzt noch zuflamen Aber ok Manche sind da ebenso Mal schön an der Offset Das muss man ja nicht machen Punkte Alpha Pack 12% Nein leider nicht 12% Alpha Pack Lop Leider nicht Muchachos Wer es euch gefallen hat Geht einen Daumen nach oben Nächste Runde muss dann hoffentlich wieder Bis dann Rhein und Ciao Ciao Auf Wiedersehen 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 Vielen Dank.